Henning Vöppel, was heißt bereinigen? Nun, das heißt erstmal, dass die Preise sehr stark fallen, sehr plötzlich fallen. Und das bringt natürlich viele Investoren, aber auch private Haushalte, die investiert haben, im guten Glauben, dass die Preisentwicklung stabil ist, in arge Probleme. Und das ist keine schöne Sache, aber es ist tatsächlich eine Art von Bereinigung. Jetzt hat sich gerade die Frage der Psychologie gestellt, ob eine Blase überhaupt Platz. Ist es die Frage, ob oder wann? Nun, eine Blase platzt, wenn sie nicht fundamental, also durch reale Faktoren gerechtfertigt ist, also monetär aufgebläht ist gewissermaßen. Und das kann passieren, wenn die Zinsen wieder anfangen zu steigen. Wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass eine Blase tatsächlich platzt, das können wir ja immer noch nicht prognostizieren. Das hängt sehr von den Markterwartungen ab. Solange die Erwartung besteht, dass Preise steigen, existiert auch die Blase. Also, dass sie platzt, ist relativ wahrscheinlich. Jetzt gucken wir auf die USA. Da hat es 2008 eine Blase gegeben. Nein, die ist geplatzt, 2008. Und im Nachgang jetzt steigen die Preise wieder. Hat man denn da gar nichts gelernt? Nun, die Blase ist entstanden, als sehr billiges Geld auf dem Markt war. Und dann auch dieses Häuserprogramm, dieses billige Geld tatsächlich in den Immobilienmarkt gelenkt hat. Und Immobilien sozusagen gekauft wurden von sehr, durchaus sogar armen Haushalten. Die ist jetzt geplatzt. Und jetzt versucht die Zentralbank, die Fed natürlich, die Immobilienpreise, die Vermögenspreise insgesamt wieder zu stabilisieren. Wiederum durch billiges Geld. Und darin liegt genau die Gefahr, dass wir abermals eine Blase erzeugen, die irgendwann platzt. Gibt es noch weitere Blasen, die uns in Europa hier drohen in absehbarer Zeit? Nun, zum Teil sehen wir, dass auf Aktienmärkten und im Rentenmarkt tatsächlich Preissteigerungen sehr massiv sind. Dass wir Übertreibungen haben, die das Potenzial haben, eben auch eine sehr schnelle Korrektur zu erfahren. Und das wiederum wäre eine solche Marktbereinigung. Also die Investoren, die gerade auf der Suche nach Rendite sind, die gehen natürlich auch in Risiko. Und das bedeutet eben, dass auch eine Blase entstehen und irgendwann platzen kann. Also Blasenbildung auf jeden Fall weiter. Ein Thema, das man im Auge haben muss. Herzlichen Dank, Henning Vöpel, für Ihren Besuch. Sehr gerne.